sich und willkommen zurück in bei King Arthurs Gold wieder eine kleine Runde mit der Stolle mit Mammut und dem Hamster Guten Tag Jürgen Tag ich bin ein Traum heute in die Brüder heute nicht so gut heute ist gut Abmutter der Tage so ja er hat noch heute ist so in die anderen Tag er ist und er kommt er ist er ist er nicht ja im Moment nicht erwischt das ist er aber nicht als Gäste die Gäste mit dem Minimap oben eingeblendet mit der Taste mit der Taste und die sagten nicht Frau Koffer, ich bin voller Pfeile hier oh cool du hast einen Pfeil ins Knie bekommen ja Boom Hedge auf voll Pfeil ins Knie ich spiele so, Kammer BAM BAM Wusstet ihr eigentlich, dass die sprachliche Gedönsdinge mit Pfeil ins Knie bekommen nicht wirklich Pfeil ins Knie bekommen gemeint ist? Wie meint ihr? Wenn ihr zum Beispiel die Wache ins Knie sagt, dass er Pfeil ins Knie bekommen hat meint ihr damit eher, dass er eine Frau hat und sowas Ups wenn er sagt, ich mag ja so, das ist schön Ich hab mich jetzt auf das Gespräch mit Mammut konzentriert und nicht auf die Bombe die da lag Da hab ich ihn gut abgelenkt aber er war in meinem Team Bist du in meinem Team? Ja Nein, ich hab Amstel Team Leider nicht Ne, doch nicht Ähm Ne, das verstehe ich jetzt nicht Versuch mal Die Frau meinte er mit anstatt Pfeil ins Knie Frau Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden was du damit sagen wolltest Also nicht Ey Ding ergibt langsam Im Prinzip, wenn jemand sagt, ich hab ein Pfeil ins Knie bekommen meint er damit, ich bin quasi gebunden und darf nicht mehr auf Reisen gehen Ach so Jaa So hast du das in der Unterricht im Nachgebrauch Dann kann ich Gott aber einfach mitnehmen Genau, wird auch Abenteurerin und sowas, ne? Ja, genau TAK! Hehehe Sehr ruhig Hehehe Dieser Scheiß-Camper Hehehe 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 Wen freut es sogar? Hehehe Wen freut es sogar? Wen freut es sogar? Wen freut es sogar? Ich will noch eine Bombe Innerschweinchen Das glaub ich sogar Das glaub ich sogar Also Wir sind in der Unterzahl, wir sind in der Unterzahl Wir sind in der Unterzahl Wir sind in der Überzahl? Wieso das denn? Ich hab Mammut umgebraten aus Versehen Nicht du nur Der Stolle Ja Wieder auf dem Schirmers-Info, wo wir auch mehrere connecten können hier Ja, 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 ja Ach ja, wir haben ja immer noch nicht unseren eigenen Ne, ja, ja Aber macht ja auch irgendwie nicht Ich find das macht ja noch mehr Spaß Boah, echt, ne? Ja, macht nix Oh, hat der Selbstmord gemacht doch? Ja Ja, Mammut, was machst du denn für den Käse? Ich bin Selbstmord gefördert Ich bin halt ein Emo und so, ne? Gefördert Ich weiß, ich wusste dir noch nicht Mammut ist für Selbstmord Pro Selbstmord Ja, ganz klar Boi Ja Was? Achso, der hat die Map gewechselt Ich dachte gerade, hä? Habe ich den jetzt doch nicht getroffen? Beziehungsweise getötet Jawoll Fertz, Junge Nehmen wir jetzt Basebit, Mammut noch eine aktive Sterbehilfe Hotline Ne? Damit er ein bisschen Geld verdient Na klar, kann ich gerne machen Boah Wieso hast du das schon? Fuck Ich bin eingekesselt, nein Oh, warte mal, ich muss mich noch nicht anmachen Das war zimmig Oh, oh, oh Oh, das war ein Skillshot von den Typen Du, 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 du Red Team hat gewonnen War ich im guten Team? Keine Ahnung Ja, ich war im guten Team Wer hat gewonnen? Rotes Team Und wieder Bomben Bomben, Bomben, Bomben Ich hab mir nen Schlein geholt Du bist auch so ne Bomben Ich hab mir irgendein Stein geholt Der ist ja doof Weiß ja, der war schlecht Mal sehen, ob das hier alles Hahaha Nice Oh, der war schlecht Aus dem Flug raus Nein Nein Hey, du Penner Hahaha Was ist das Hamster gewesen? Ja Ach, du Arsch Oh, er ist umzingelt Alle Männer, robben Hut Robben Hut Robben Hut Wer räumt denn da grad den Fels weg? Mambo, wieso räumst du meinen Fels weg? Warum nicht? Boah Bäm Das war ein Stealshot Genau Bäm 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 Stolle Ghost Enrage Wie, der ist mal drei wegmetzelt, ey Wer ist jetzt bei mir? Stolle Kommt her Den Robben Hut da vorne hab ich grade erwischt Ah, jetzt hat er mich erwischt Alter Oh Oh Ich hab dich gepiexelt Ja, gepiexelt? Gepiexelt Gepiexelt Ein Piexelspiel gepiexelt Gepiexelt Boah, ich sollige Enrage Ja Schlafen Soll er in so einem Bogen raus, so hier Hui, ich schwebe es Boah, im Spawn den Hab ich die noch gar nicht erwischt? Ja, Spawn gibt's die machen, ne? Ich lade weiter weg vom Spawn, hallo? Ja, genau Ich hab ihn mit Pfeilen getroffen Wer ist jetzt bei mir? Der Stolle Der Mammut Wie in einem Team? Ne, der Mammut ist nur nicht bei uns im Team Guck Nee Boah, der Pfeil hat mich noch getroffen Alter Schwede Oh, voll ins Knie, ey Komm erst mal was kaufen Bombe, Bombe Uh, scheiße Ich werde sterben Oh, oh Komm rein So, scheiße Mann Warte das Ja, du Laddurch Hä? ne? Bist er selber. Nö, nö. Ich hab immer noch einen Pfeil im Knie. Ach ja. Nein, nein, nein. Nein, er hat mich noch erwischt. Dammit. Für das Imperium. Welches Imperium? Meins. Deins? Nee. Du hast einen Imperium? Scheiße, ich kann mir immer noch nix kaufen. Ich spiele nicht auf Mammut zu der Seite für dein Imperium. Ja, dafür warst du aber gerade im falschen Team, ne? Warst du selber. Ich werde immer zufällig irgendwo hingeworfen. Ja, ja, ja. Das will ich jetzt auch sagen. So, ob die Sturmtruppe dann zufällig im Imperium sind. Heiße. Also, ich spiele für das Imperium, aber nicht für Mammuts. Na, immerhin etwas. Fuck. Nicht getroffen. Der Hamster kommt. Uh, der Hamster kommt. Nein. Der Stolle, danke. Sehr gut, der Stolle. Denk mit hier. Nee, du Penner. Wir könnt ihr das wagen zu gewinnen. Yay. Red Team wins. Super. Ja, wir könnt ihr das wagen zu gewinnen. Ähm, Louis. Ach Gottchen. Die Map ist auch cool. Aber ich finde, leider gibt es irgendwie so wenig Maps, ne? Ja. Ja, ja, ja. Obwohl, gibt bestimmt bei Capture the Flag und so noch andere. Ja, bestimmt. Ja, gibt es auch. Ich kenne jetzt vielleicht den Match mal ein bisschen größer. Was? Dann gibt es ja auch noch hier, die es mit Häuser erobern und so was. Da gibt es auch noch andere Maps. Ja, die haben wir bis jetzt noch nicht gespielt, aber können wir ja vielleicht nächste Woche, übernächste Woche oder so noch mal machen. Oder irgendwie sowas. Das wird da halt ne längere Folge, weil es wird da auch ein längeres Match. Ja. Oh! Ich erinnere mich. Den Mammut noch weggebasht. Den Mammut noch weggebasht. Den Stolle weggebasht. Sehr schön. Mach jetzt mal den Bogen, ja. So muss das laufen. Yay. Die Bombe hat nicht getroffen. Boah, jawoll. Jawoll. Was geht denn? Oh! Nein! Ich ertrink ja noch. Oh. Hahaha. Sehr schön. Boah, Innensprung getroffen hier, Penner. Na komm doch runter. Ja. Scheiße. Hahaha. Marc, du hast mich getroffen? Mein Gott. Wie das denn? Wie? Einfach mit Zufall. Hahaha. Ich hab dich getroffen? Ja. Ich war noch nicht mal beabsichtigt. Ja. Ah, ne. Stefan hat mich getötet. Geil. Ja, gewonnen. Oh, fuck. So, ein Penner. Nehmt doch noch mal die Leiche mit und wirft sie weg. Ey. Ich glaub, es hackt. Aber das war echt knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Stoll da erwische. Mit diesem Luck-Shot. Ich wurde gerade in ein Spiel eingeladen, okay. Du? Ja. Bei Steam. Ich wurde gerade bei Steam von einem Kassenkameran zu meinem Spiel eingeladen. Schmeinerei. Boah. Ja, das kann man ja machen, während ich hier am Aufnehmen bin. Der sieht doch, dass du aufnimmst. Natürlich sieht der, dass ich aufnimmst. Also er weiß, dass ich in der Zeit aufnehmen bin, ja. Alter, Schwere. Zu welches Spiel denn? Äh, irgendein, keine Ahnung, welches Spiel heißt. Kenn ich nicht. Wird gleich noch mal. Kannst du das erstmal einladen? Ja, ist typisch, typisch. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, voll, 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 voll. Ah, ich hab mir geschickt in meinen ganzen Fall in den Kopf, du. Ja, erwischt. Das war dafür, dass du mir den Fall in den Kopf überladen hast. So, ein Penner. Alter, gibt's noch? Boah, hab ich dich erwischt? Geil. Finde ich wenig. Wie weit warst du denn weg, Mammut, von uns? Ich war am Spawn. Oh. Kann mir hier keine Sachen kaufen, Mann. Mann. Oh, noch erwischt. Wer war da? Der Mammut? Ne, ich war schon tot. Achso. Da hab ich nämlich gerade jemanden erwischt, der so runtergesprungen ist. So, wer ist jetzt im Team? Äh, achso, Hamster und ich scheiße, den will ich nicht immer im Team. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Das Ding, das Spiel, was wir mit eingeladen haben, hier ist hier ab. Wenn wir keine Hamster haben im Team. Das Spiel hier ist übrigens hier ab, wozu, dass er mich eingeladen hat. Ja, genau. Spaceman. Was ist das? Bei seiner, was das ist für ein Spiel? Ne. Also. Was ist denn? Geh ab. Was war der denn jetzt? Das war dein Tod. Nein, 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 nein. Boah, Sauber, Mammut. Boah, Mammut. Wir hoffen, mit deinem Stiefeln zu treten. Oh, ich kann doch nichts anderes. Kann auch nichts dafür. Wir können was dafür. Scheiße. Ich glaube nicht. Ah. Der verfolgt mich auch kein zeitfachnissertiv. Hilfe. Penalala. 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 Penalala-力no-la- solely-lyalala-da-la-la-a. Penalala-la-lala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Penalala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Oh oh. Oh, ich bin tot. Whoa! Whoa! Wow! U mão! Hint-hu-tum-mää-öh-hin! Nutz Blätter überall Prozent und den Hügel wie er hier aus Prozent Prozent ich hab immer noch nichts zu kaufen so Leute noch fünf Minuten und nach oben und Prozent Prozent er wird noch HAAA Julio damit auch schaust für ein trocken und bringt uns alle in die luft die mädchen und erheben bleiben dass du das wollen in blauen 2 übrigens die Bombe gelegt aber auch egal Bombe 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 ah fuck das ist meine Stimmung Oh, der hat die Bombe genommen. Nein. Verledigt ihn. Hattie, Hattie, Hattie hoch. Boah, der ist schnell. Yeah, unser Team hat mal wieder gewonnen. Komm, noch den hier. Ach, jetz. Ja, ist klar, du. Ja, ja. So, das ist die letzte Runde, oder? Ja. Ne, zwei haben wir noch. Ja, zwei haben wir noch. Ja, zwei haben wir noch. Sehr schön. Kann ich mal einmal aufdrehen, hier. Boah. Ich muss nicht mehr auf das Spiel, wenn ich besitzen werde. Hats. Scheiße. Äh. Sorry. Ich hatte gerade ausgesehen das King Arthur-Bild weggeschlodert. Also, das Fenster weggezogen. Geh doch weg, Thor! Joot. Das war geil. Ich bin ja fast mit erwischt worden. Nochmal Bombe. Boah, ich liebe diese Bombe. Die Bombe sind lustig. Die Bombe sind voll aufgeschneidert. Achtung, ihr habt die Bombe! Achtung! Boah! Yeah! Boah, ja! Das ist sehr gut! Ngann ist sie guckt? Ist das sogar, ja! Nein! Ich Estáje! Ahahahhaha! Stölde hat sogar die Progame im Team! Tatsächlich! Nein! Stölde ist auch bei uns! Vier gegen die Vier. Ja, das erklärt einiges, warum wir verlieren. Ja, ich spiel, ich spiel auf, den wir aufnehmen. Ich muss zwischendurch mal ein bisschen mehr spielen. Alter, warum kann ich den... Alter, wie die dann abgehen. In Q2 Respawn. Da sind wir schon voll die Sucht, die sind. Da sind wir schon voll die Obersucht, die sind. Glaube auch. So, ich hab'n Stein. Das ist mein Stein. Mein Stein, mein Stein, mein Stein bleiben. Mein Stein. Ein Stein, zwei Stein, mein Stein. Achtung, Bombe. Der läuft auch noch rein. Idiot. Nein, wer war das? Das ist mein Witter. Der hat... 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 Der hat's auf mich abgesehen, gerade. Da ist er! Halbopfer! Da ist der... Da ist der Stolle! Oh, ich wurde voll weggelegt. Schade. Mein... Mein Pfeil hatte ich leider nicht mehr erwischt. Daaaam, 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 daaaam. Oh, da hat jemand ne Bombe, da hat jemand ne Bombe. Oh, das fuhr, ey. Fake von ne Bombe. Ich hab die Bombe zurückgeschleudert zu denen. Warte, ich fall mit ner Bombe. Scheiße, zu spät. So, letztes Match kommt jetzt. Nein, ah. Doch, wirklich? Aber das hättet ihr sehen... Das hättet ihr grad sehen müssen. Na ha. Ich hab den mit dem Pfeil zurückgeschleudert. Wow, die kommen! Die Russen kommen! Die Map klein. Boah, die ist mega klein. Ja. Camper! Na und? Boah, hohoho. Hallo, weggelebt. Spawn-Camper. Baum fällt! Hä, warum komm ich nicht hier? Hey, bin rein hier! Geh rein hier! Alter, lass danach hin. Ah, hättet mein ich. Baaah, hättet mein ich. Baaah, gut! Ah, jei! Bam! So, damit geht man wieder eine, äh, mehr oder weniger nicht erfolgreich die Runde von King Arthur's Gold, äh, zu Ende. Aaaaah! Schade! Aaaaah! Aaaaaah! Okay, es reicht dann mit gleich. Aaaaah! Gut! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Hey, ich hab ihn noch gekillt! Meine Rache noch am Ende des Videos. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der letzten Aufnahmesession von King Arthur's Gold. wieder, das war nächste Woche Montag und ja, bis dann Tschüss dann, tschu 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 tschu